Steffi Heinsmann 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 Vielleicht wird alles bald cool, du wirst schon sehen Ich kann halt nur eines nicht so verstehen Warum hast du ein Interview mit Ken Jebsen gemacht Und dann hat der Typ dich dabei noch zum Weinen gebracht Ich bin cooler als der, wenngleich das nicht schwer ist Doch ich antworte auf Plattdeutsch, wenn du Schweizerdeutsch sprichst Und in deiner Band spiel ich Querflöte für dich Also Steffi, überlegst du und bitte heirate mich Ich werde auf jeden Fall genahmen, egal wie Äh, wie jetzt, was? Aber ich persönlich stehe auch drauf, einen starken Mann an meiner Seite zu haben Achso, ja, nee, Moment, das habe ich ja nicht gewusst jetzt Wie soll ich das denn, nee, hä? Nee, das bin ich ja, scheiße, Mann Ich bin klar, Moment